Ich bin der Strommann Müssten wir nicht langsam auch mal in den Nether und mal da was enchanten und mal ein bisschen upsteppen unser Game? Los geht's jetzt! Au! Ich muss das noch, ich muss das noch umbauen Wie geil Junge, du bist voll reingetreten Ja Max, warst du schon im Nether? Nee, also kurz, aber ich finde das dann sauggefährlich Nether ist überspannend, Alter Geh mal rein, schau es dir an, das ist so viel Es ist ne Nether Skyblock Base Das ist richtig Das ist ganz uninteressant Alter Also ich würde mich jetzt gleich an den Chicken Core Mod setzen, an die Hühner, ist mir egal Also hier kann man jetzt nicht irgendwie ne Festung finden oder ne Elytra oder so, ne? Elytra schon mal gar nicht, Alter, die sind im End Ey guck mal, ich bin für die Kühe zuständig, okay? Ja Alter, ich dachte grad, das wären die hässlichsten Kühe aller Zeit, aber das sind graue Hühner Jaja, das sind diese Hühner, die ich dahin gemacht hab schon mal mit dem Bait Dann kann ich damit nämlich arbeiten, aua Mit welchem Huhn fangen wir denn an? Redstone, Redstone Chicken Welches Huhn, Leute? Welches Huhn wollen wir? Du kannst ganz viele Sachen machen, aber Redstone haben wir ja derbe genug Was brauchen wir denn für Items? Ender Augen Kannst du ne Ender Augen Farm machen mit Chickens? Das wär geil Ender Augen wären strong, ja Weiß ich ne Ender Augen, Alter, wofür brauchen wir die? Für die ganzen Ender EU Sachen Für die ganzen Vibrant Alloys und so Weiß genau Haben wir irgendwo Eier? Geloridium und Kohle für den Reaktor, oh ja, das ist interessant Es gibt hier ein Ender Pearl Chicken, das gibt es ja Echt jetzt? Das ist aus dem Nether Ward Chicken, aus dem Diamond Chicken, das wird sehr schwer, Alter Okay, dann machst du die Ender Perlen Boah geil, ich hab schon, ich hab schon Flint Chickens, so warte mal Holz Chicken, oh ein Holz Chicken, Jungs Oh Holz Chicken? Bin ich dabei Ja, Max? Ich hab Treated Stick, was gibst du dafür? Hör mal auf dazu Kraft, du Sch***, Max, Alter Bist du dumm, du siehst doch, dass ich da grad dran bin Ich bin's nicht Ich bin's nicht Sag mal Jungs, wieso packt denn hier keiner das Sch*** Eisen hier rein, Alter Wir haben keine Iron Buggles Wir haben kein Eisen Penner, ich mach ein Iron Chicken, das ist geil, oder? Wir haben ganz viel Eisen, wir müssen jetzt hier nur, guck mal hier sind schon wieder so viele Pieces Hä? Wir müssen die nur irgendwie zusammenführen Aber wie machen wir das, Max? Ja, da müssten wir ja die Sachen alle an einen Ort packen, Max Das wär ja voll praktisch, oder? Nee, das wär so dumm Nee, nee, Romana, warte mal, lass mal was anderes überlegen Es ist wirklich ein schweres Spiel, es ist ein schweres Spiel Money Max, gefällt dir das? Sag dir das zu Money Max? Ja, ja, weil du reich bist Ich bin reich! Kennst du das von Prinz Max von Arnold? Klar Money Max, geil Tetra Max, natürlich auch aus meinen Videos, sehr bekannt Tetra Max Klar Wir haben ne Menge, wir haben ne Menge für dich schon tatsächlich an Namen vorbereitet Sehr geil So, welches Chicken brauchen wir jetzt? Sag's mir, Leute Ich mach erstmal, komm einfach, just, ey, just for the flex Enderpearls Stopp Just for the flex, ich mach nen Diamond Chicken Wir brauchen doch keine Diamonds, ich hab grad 35 Diamonds im Inventar Jungen, Redstone und Diamonds brauchen wir nicht Enderpearl ist so kompliziert, du Assi, ich muss erstmal dafür nen Diamond Chicken machen, jetzt hab ich die neben meinem Arsch, du Penner So, wir brauchen jetzt noch Copper, wir müssen noch Copper automatisieren, Max Das ist so Sch***, dass wir jetzt Copper automatisieren müssen wegen dir Das war so dumm, das war so dumm Das war so dumm von mir Im Caled und Spikes, sind das nicht deine eigenen Spikes? Ja Bist du von deinen eigenen Sp... Naja, ich hab grad kleinen Fehler gemacht, sagen wir es so Ja Ihr habt nicht ausgeleuchtet, Creeperangriff Ach, Mann, Alter Bei dir, bei dir, bei dir, bei dir Es ist nicht bei mir jetzt, die kommen aus deiner Scheiße raus Doch alles, was, alles, was hinter dieser Mauer drin ist Sie kommen aus deiner Scheiße raus Die kommen aus deiner Scheiße Oh, Matra, sie sind aus deiner Scheiße rausgekommen Oh, Matra, entweder abschließt du sie jetzt oder ich... Okay Geh los Okay Nein, Max Max, hey, hey, hey Du bist sofort, Junge, hör mal auf jetzt, Alter Du bist komplett krank, Junge Du bist komplett krank, Junge In meinem Bereich, ne Guck mal hier, in meinem Bereich, seht ihr hier irgendwo ne Spinne oder irgendein Creeper Du Sch*** Assi, Alter, hör mal auf jetzt, Mann Du Geisteskranker, du hättest dir fast alles an Fortschritt kaputt gemacht, Junge Ähm Dandelion, weiß man doch So, ich hab gleich schon ein Gold Schicken, was Gold legt, ne, äh, legt, äh, hier Stell dir mal vor, Alter, so ein Huhn, was einfach Gold macht Ist stark Glaub ich dir nicht Wirst du gleich sehen, Kollege, das wirst du gleich sehen, ja? Hör mal auf jetzt, Mann Du glaubst mir, du traust mir nichts zu Das wär insane schlecht Was wär insane schlecht? Ein Schicken, was Gold legt? Wenn du einen Gold Schicken gemacht hast Ja, musste ich aber, damit ich einen Diamant Schicken machen kann Oh mein Gott, du weißt ja gar nichts von diesem Mod, ne? Du bist so dumm, ey Wow So, dann brauchen wir jetzt Glasschicken und das ist ein Netherquads Okay, dann müssen wir dann noch im Wie steht, ähm So, und das haben wir gedreht in Mailand, auf einer Messe Sowas wie die Gamescom Und ich hab mir die Haare rot gefärbt Das Video hast du noch nicht gesehen, das war noch nicht draußen, Lügner Ähm Lol, du hast schon wieder in Mailand Jaja, nochmal Genau Und das sind immer die Dinger, die Die man in mir Wir fahren jetzt mal nach Mailand und machen eine Challenge So, egal was für ein Produkt ist Einfach nach Mailand fahren und eine Challenge machen Alter, krass, wie du das jetzt runter talkst, Digga Ich muss richtig lange negotiaten, dass ich hier mein unterhaltsames Format machen kann Anstatt einfach einen normalen Vlog Die wollen immer einen normalen Vlog Ich sage immer, nee, Leute, kommt Na, was Geiles machen wir Jedenfalls, ähm, hoffe ich jetzt, dass wir Was dann halt so, dass ich, äh, von der Wife die Aufgabe bekommen hab Ich muss mir S*** kaufen Ich musste mir so, so ein, so ein Fortnite-Rucksack und so Und dann hatte ich diesen Rucksack und diese roten Haare Und ein Fortnite-Hoodie hatte ich auch an Junge Und ich sah mit dem Schnurrbart wirklich aus wie einer, der im Kindergarten nicht mehr zu nah kommen darf, Alter Da hab ich mich das erste Mal echt eklig gefühlt, so Geil, Mann Max, haben wir noch einen Schnurr, bist du dir da sicher? Echt jetzt? Ja, achso, wir müssen, äh, können, äh, kann jemand einen Daysaver bauen? Nee, Strom geht runter, Strom geht runter, ausschalten Wollen wir hier, komm mal her, hier, du hier, du geile Sau und der hier Komm, jetzt mal bitte ein Gold-Chicken, gib doch Komm Da, da ist das Iron-Chicken, geil! Da ist es das Iron-Chicken Lass die Hühner rumma drauf So, dann brauchen wir, dafür brauchen wir, das Gold-Chicken ist Iron-Chicken mit Yellow-Chicken Ja, das können wir schon mal machen, wenn das leicht gewachsen ist Geil, Alter So, jetzt das Iron-Chicken mit dem, mit dem Yellow-Chicken-Breeden Dann kriegen wir da nämlich Lass mich, was denn? Haben wir gar keinen... So, jetzt, Achtung, Gold-Chicken-Maken, Gold-Chicken-Maken, komm jetzt direkt, her damit Ah, ist noch ein Yellow-Chicken geworden, nicht schlecht Kannst du eine Weizenfarm machen, bitte? Ja, genau, das wäre eine automatische Weizenfarm Ich brauche richtig viele Seeds, Alter, nämlich für diese Hühner, das wäre geil Geh in den Nether und schau, ob dein Chicken da ist Oh, gute Idee, machen wir gleich Das Iron-Chicken muss ich breeden mit dem... Yellow-Chicken, ist richtig Iron-Chicken mit dem Yellow-Chicken Da kommt das Gold-Chicken daraus, richtig? Zum besten Fall, ah, okay, ist noch mal ein Iron-Chicken geworden, ist auch geil Ist sehr stark Alter, das Ding ist ja sau-OP, da kriegst du mal, wie viele Seeds da jetzt schon drin Ich hab das grad eh, von einer Sekunde ist das angegangen Boah, geil, ich brauch die ganzen Seeds, du bist der Beste, Romatra Du bist so eine geile Sau, Alter Oder? Danke Scheiße, Mann! Boah, Romatra, du rettest mir grad den Arsch damit Oh, du bist so eine geile Sau Boah, Romatra, wenn ich das nächste Mal sehe, ich küsse dich Ich nehm, ich nehm deinen Peppi in den Mund Ist nicht schlimm, auf ne Homo-Basis, ganz einfach Das macht mich sehr glücklich Ja Ist jetzt hier so ein Hühnchen? Kein Sch***hühnchen hier, Leute, ab dafür, zurück Was machst du denn mit dem Weed? Ich crafte das zu Blöcken, ja, ja, richtig, genau Daraus kann ich nämlich mehr Neste machen für die Hühner, weißt du? Superstitious Ey, Romatra, das ist geil, wie wir hier wieder Hand in Hand, Alter, arbeiten Ich nehm mir mit Yellow Chicken, komm her, du Missgeburt Ich nehm mir mit Bone Chicken Einfach ein Sch*** Waschbecken Hä? Der zieht das Wasser aus dem Waschbecken raus Unendlich Na Weil das Ding eine unendlich Wasserquelle ist, doch LOL Hä, wie insane ist das denn? Okay, dann baue ich hinten noch meine Insel an, Leute Und mach da jetzt meine Chicken Breeding-Geschichte rein Das Grundgehege ist ja schon mal hier vorne, ne? Aber die sind auch Ey, das Iron Chicken legt einfach straight up Iron Ingots, Digga Die sind schon gebrannt, ne? Finde ich halt, muss ich da sagen, bisher Finde ich schon, es ist schon sau OP Ja, aber Digga, es dauert halt Es dauert, es dauert, es dauert, es dauert Okay So, Leute Jetzt haben wir hier die Hühner Und jetzt muss ich die einfach So, ich muss das einfach so gegenübersetzen Oder wat? Und dann packe ich jetzt hier das Dit So? Und so? Und dann kann ich die jetzt so paaren, ist das so? Wie soll ich die denn so paaren? Reinlegen, was reinlegen? Ja, paaren die sich denn noch wirklich? Oder ist das jetzt nur ein Bullshit, den ihr gerade erzählt? Ja, da kommen jetzt die Drops raus, das ist natürlich geil Aber das brauche ich ja nicht Leute, ich bin da wirklich echt Also ich weiß nicht, ob das real ist, was ihr mir gerade hier erzählt oder nicht Das stimmt Oh, ich finde es so geil, dass wir jetzt erstmal kein erstes Problem mehr haben Und das so einfach Ja, Leute, das ist nämlich das Diese Dinger hier Die sind real Oh, eklig Real talk Nur zum Sammeln von den Drops da Und nicht zum, ähm, nicht zum Breeden Geil, nochmal ein Iron Chicken, das nehmen wir trotzdem mal mit Ah, das ist ein Gold Chicken, LOL Ich habe ein Gold Chicken, LOL LOL, Leute, okay, wir haben es geschafft, Boom Was? Alle haben sie mir gesagt, ihr kriegt es niemals Ich habe ein Huhn gepaart, Alter Was ist jetzt Gold? What the f***? Jetzt geht die Sch*** weiter Jetzt muss ich nämlich zum Diamond Chicken machen, so Jetzt wird es nämlich kompliziert, Leute Das Diamond Chicken besteht aus einem Gold Chicken und einem Glass Chicken Und ein F*** Jetzt muss ich jetzt in der Hölle warten, bis das Boah Alter Woo Diamond Chicken, Leute, ist ein Huhn, was Diamanten legt Und daraus können wir ein Enderperl-Huhn machen, Alter Egal, ich bin gut gewesen, gut geworden im Creeper Du musst eine Festung suchen Ah, es spawnt also auf Dirt und Erde Alles klar, interessant Erzähl mir mehr Ich weiß nicht, wieso du jetzt so gemeint zum Gold Chicken sein musst Naja Ey Hallo Ey Ey Komm mal zurück jetzt, du Penner Und das ist halt wirklich ein hässliches Ding, holy Geil, die sollen sich paren Wen paren die sich jetzt? Was passiert dann? Keine Ahnung, mal gucken Yellow Chicken rausgekommen Oh Oh mein Gott Ich hab keinen Bock mehr auf den Nesser Da Da ist es Ja 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 Dreh die Standardskill Musik auf Ja 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 Raus hier So Jetzt, meine Freunde, ist es soweit Ich will auch dabei sein So Jetzt haben wir nämlich gleich das Glass Chicken Das können wir das... Oh Fehlt noch ein Zwischen Schritt Ich hab einen Zwischen Schritt vergessen Entschuldigen Sie bitte Gold Chicken hier rein Oh das ist da ziemlich verbackt in der Wand Alles super Umadra, dem geht's super Umadra, Samen, Samen, gib mir dein Samen Jetzt Achtung Jetzt gib mir das Glass Chicken Warte, warte, was ich will hin Nee, es kommt erstmal ein Glass Chicken raus, oder? Nee, ist nochmal ein Red Chicken gewesen Ist egal Wir warten, bis die wieder können So Jetzt brauche ich ein Redstone Chicken, Leute Dazu brauchen wir ein Red Chicken und ein Sand Chicken Ist easy machbar, haben wir beides da Kriegen wir hin Ich hätte euch vor Jetzt First Try Redstone Chicken, Leute Wie geil wär das? Natürlich nicht Aber ich werde wiederkommen mit einer Menge Seeds Kollegen Komm, gib mir ein Redstone Chicken Oh Null Bei Gott, wir werden es heute noch schaffen, Leute Wir werden das Diamond Chicken heute noch hinbekommen Ich sag's euch Du Und Du Tut es Was kam raus? Sch**te, nur einen Sand Chicken Was mit dir? Du bist jetzt auch ready, oder? Du hast da auch Bock zu bumsen, komm her Wer? Da ist es! Da ist der Hase! Boom Redstone Chicken, Alter Huhu Komm, wachse und gedeihe, meine kleine Blume Wachse und gedeihe So Was kommt eigentlich raus, wenn ich ein Iron Chicken und ein Gold Chicken paare? Vielleicht kommt dir nochmal ein Gold Chicken raus, wer weiß Mit bisschen Glück Es ist noch ein Gold Chicken geworden Ich fass es nicht, Leute Alter, jetzt geht's hier aber ab So, jetzt Komm, jetzt ihr zwei Ihr könnt nur ein Glass Chicken machen, oder? Oder nur ein Redstone Chicken Wär auch geil Ein Glass Chicken! Oh mein Gott Romatra Ich bin ganz kurz davor Ich bin kurz davor Ein Diamanthuhn zu machen Und dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zum Enderperlenhuhn Und dann haben wir keine Probleme mehr, Romatra Verstehst du das? Du lagst gerade brutal Absolut nicht Du lügst mich an Ich möchte nicht angelogen werden von dir So, hier braucht es einen neuen Käfig, Leute Den machen wir jetzt Und dann haben wir ein Diamond Chicken, Leute Holy Shit, Alter Der Progress war aber jetzt gerade real, oder? Komm, mehr Glass Chicken, du geile Sau So, jetzt haben wir es hier Das Glass Chicken Und das Gold Chicken Und ihr beide Ihr beide werdet jetzt für mich Ein Diamond Chicken machen, Alter Gold Chicken Glass Chicken Achtung Jetzt geht's los, komm Ah, du hast noch einen Cooldown Ist okay, hey Du hast noch einen Cooldown Dann nehmen wir den Bruder hier vorne, komm Dann nehmen wir den Bruder hier vorne, komm Das ist kein Problem Was kam raus? Ein Diamond Chicken! Oh mein Gott, Romatra Ich fass es nicht Digga, ich hab'n Diamanthuhn ge-craftet, Alter Und es ist Chokkiseltamamsüß, Alter Ehre Ich komm vorbei Ich komm vorbei Und das Das Diamanten Fertige scheiß Diamanten Digga, das Das Diamanten Und jetzt können wir nämlich hingehen, Leute Und das Ender Pearl Chicken machen Ender Ich hab'n gar kein Gesicht, Alter Darf ich das Glas-Chicken töten? Hör mal auf jetzt! Asozialer Ender Pearl Chicken Dafür brauchen wir ein Nether-Ward Chicken Das kriegen wir aus Kakao-Brown-Chicken Und Glowstone-Chicken Kakao-Brown-Chicken Ist Red-Chicken Und Cactus-Green-Chicken Ist insane schwer Aber das Diamond-Chicken Haben wir schon mal, Leute Das mach' ich jetzt auch noch, komm Wir brauchen nur ein Yellow-Chicken Und... Warte, hier Das ist... Nether-Ward-Chicken ist Yellow-Chicken... Glowstone-Chicken ist Yellow-Chicken und Nether-Quartz-Chicken Okay Also brauch' ich einen Nether-Quartz-Chicken Bei Gott, Leute Hier ist Eis Ein Diamond-Chicken Es ist einfach da Es existiert Hör aus, Mitte Viecher Hör mal auf, so zu reden, du Schwanz Die ganzen Samen jetzt her Hier, los Einfach nur das LV-Wire Lul, funktioniert Oh mein Gott, Alter Wie geil sieht das aus? Gummata, guck mal, bitte Warte, 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 warte Digga, das ist ein richtiger Pimmel, der aus dem Boden schießt Guck mal LOL Wie schnell das wächst Wie witzig Junge, wie insane ist das, bitte Warte, Alter Ja, viel Spaß mit deiner unendlichen Kaktus-Vorsorge Hey Leute, stellt euch mal vor, wir kriegen heute noch das Ender-Pearl-Chicken hin Das wär' halt genial Dann haben wir während Max-Vorsorge noch drei Probleme gelöst, drei große Essen, Holz, Ender-Pearls Ja, ja gut Und halt mit den Hühnern können wir jetzt echt alles machen, Bro, ne? Das ist halt das Ding Also wir können jetzt halt wirklich damit komplett, komplett alles machen Leute, ich baue hier später noch Hoppa, beziehungsweise nicht Hoppa, es gibt dafür noch andere Sachen Aber ich baue da noch was drunter, macht euch gar keinen Kopf Geil, noch ein Diamond-Chicken Ja, wenn du jetzt Diamond-Chicken mit Diamond-Chicken passest, ist ja voll easy eigentlich, oder? Digga, die werden dann halt komplett OP, ne? Wo ist mein grünes Huhn? Ja, wie lange brauchst du noch zu wachsen? 90 Sekunden So, dann haben wir Das Glowstone-Chicken haben wir Indem wir Nether-Quartz-Chicken und Yellow-Chicken Warte mal, bevor hab ich das grüne denn nochmal gemacht Diamond-Chicken haben wir So, das Nether-Quartz-Chicken ist einfach nur Kakao-Brown Ah, Kakao-Brown ist genau hier Okay, gut Ja Glowstone-Chicken müsst ihr noch machen Das Glowstone-Chicken war Yellow und Romata nicht wundern, dass da vorne ein Pool voller Scheiße ist, einfach ignorieren, ja? Ah, direkt vor unserer Maschine Uuuuhhh Ist das echt Scheiße? Ist das Legend Scheiße? Ja Gucken wir mal, ob das jetzt so insane ist, wie ihr gesagt habt LOL LOL Was? No more seed problems Weil mein Eimer, weil der Eimer Scheiße, Digga, das mal komplett boostet, alter Das wird direkt zu Fertilized Dirt, halt doch dein Maul, alter Kann man den Fertilized Dirt eventuell noch hinten in die Maschine von Romata reinpacken? Guck mal hier, Bro Wie das weckt Hä? Du sprichst das, du spritzt das ein bisschen an und das war's? Guck mal, was dieser Chickencore Mod alles kann Kann ich mir, in so ein Fertilized, kann ich, kann ich probieren, ob ich das bei mir rein tun kann? Ja, nehm die an So Und jetzt mach hier Bums Party So Grün Und Rot Hä? Was ist doch richtig, Leute? Oder mach ich irgendwas falsch? Red Chicken Cactus Green Chicken Cactus Green Chicken Red Chicken Das f*** ich ein bisschen hab, dass ich hier nicht weiterkomm mit den Hühnern, Leute Also Grün und Rot, das ist irgendwie schwierig Glaub mit gedüngtem Boden funktioniert das gar nicht Da ist es doch, alter Cacao Brown Chicken, sehr schön Hast du eine Superior Incense? Oh, ja, da ist sie! Ja, das war's Wir haben, wir haben Dark Steel Seeds, Alter Oh mein Gott, wha? Ich kann jetzt hier Dark Steel einfach anpflanzen Boah, es bockt so gerade, oder? Ja, gerade ist richtig geil, Alter Ich pflanze jetzt hier die Steels an, dann mach ich... Oh, ich hab mich in Mystical Agricultural ein bisschen verliebt, muss ich sagen Das ist ein geiler Mod, ne? Ja Und ich auch Ihr zwei, macht jetzt einen sch***en Glow-Storn-Schicken Ey, das kann doch nicht sein, Digga 8k, wie immer noch Ich hab's! Ich hab's! Jaaaa Entschuldigung Komm, Glow-Storn-Schicken Leute, GG's GG's only see in den Chat Glow-Storn-Schicken muss ich paaren mit Und jetzt wird nämlich interessant mit dem Kakao-Braun-Schicken Wir sind so knapp davor von dem Enderpearl-Schicken, Digga, ne? Und wenn ich die hochlevel, Alter Gucken wir mal Oh, nochmal hier ein Oh Oh, Bruder, das gibt ein Big-Case-Opening hier Okay, ich öffne den ersten Würfel hier vorne Bitte lass es keine Nuke sein, Alter Äh Hä? Was ist das? Okay, gut, ich mach das nächste Ding auf Komm, stay away, alles klar, okay Oh, Matra! Hast du's? Das Enderpearl-Schicken oder welches? Nein, ich bin jetzt eine Stufe vorm Enderpearl-Schicken Aber ganz knappe Hase, Alter Jetzt haben wir nämlich ein Nether-Ward-Schicken, Digga Guck mal, wir kommen nämlich mit diesen Dingern an Items dran Die wir normalerweise überumständlich craften müssen Weißt du, was ich meine? Ja Okay, let's go Auf geht's, komm, ihr beiden Gib mir das Enderpearl-Hun Direkt, first try Da ist es, no joke Das ist halt wirklich first try Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter F***n OP-Move Leute Wollen wir drüber talken? Wollen wir drüber talken, Alter? Oh mein Gott, Junge Oh mein Gott Ja, Junge Das sieht auch extrem geil aus, das Huhn, oder? Digga, ich hab die Mod einfach mal in einer Session durchgegrindet, Junge Komplett Max wird so damn proud sein, Alter Ja Aber Next Egg in 57 Minuten, das halt schon Ja, ja, aber warte mal, warte mal Das Ding ist, guck mal Das Ding ist, wenn ich die ja hochzüchte Ja Dann legen die alle drei Minuten ein Ei oder sowas Ja Und wenn du davon halt, wenn du davon halt zehn Stück nebeneinander hast, Digga Dann, ne, das automatisierst du halt alles Geil, kurz zusammengefasst Wir haben unendlich Essen, unendlich Holz Ey, wir haben extrem viel geschafft, Mann Wir haben extrem viel geschafft, Alter, wirklich Das war's von diesem Stream Wir sehen uns morgen gegen 17 Uhr, meine Freunde, ja? Ich küsse eure Augen Macht's gut, meine Freunde Haut rein, bis morgen, tschüss Bis zum nächsten Mal, 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 bis